Und herzlich willkommen zu Haast und Part Nummer 9. Wir kämpfen jetzt gegen den Jäger. Ich weiß nicht wer dieser Profi Jäger ist, aber wir werden es gleich sehen. Öle Fertigknopf machen. Öle Fertigknopf machen. Achso Öle ein. Rexar, geile Scheiße. Ihr habt es so gewollt. Okay, er fängt an. Äh, ich behalte es mal. Okay, er hat nicht viel gemacht. Okay, ich werde dann auch nur irgendwie misleitet. Bam, bam. Och du Scheiße. Die Atacke ist böse. Die ist böse. Wobei wir haben zwei Schaden mehr. Also nur ein Schaden. Aber können dann frei wählen. Der will mich klein kriegen. Wir werden uns jetzt in der Verteidigung aufbauen. Du Aller Wichser, du. Du Aller Wichser. Jetzt will der durch meine Verteidigung durchbrechen und mich besicken. Ich glaub's ja nicht. Dieser Schmau. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Dann sieht es wenigstens Gleichstand aus. Das ist viel besser. Oh ja, was meinte ich Gleichstand. Natürlich sind die Parts ein bisschen kürzer, weil das hier halt das Freischalten ist. Aber so kürzt ihr jeden Tag ein Part. Und ich mein, ja, das ist ja schön dann. So, ne, so. Das war's. Wir haben hier den Gleichpunktzeit. Oder auch nicht. Alter, wie viel Karte hast du davon? Das ist ja total behämmert. Der Held ist ja nur da, um Leben zu snacken, ey. Ich hätte ja gern die Karte. Aber dann wäre nur noch viel Punkt. Ah, dann flirte Karten da. Ich habe ein riesiges Gewehr. Zwei, zwei. Ja, mir macht zwei Schaden. Aha. Das macht zwei Schaden. Das macht zwei Schaden. Das macht zwei Schaden. Äh, dann würde mein DAS weg. Ja, ich will. Ich will, warum soll sie verlieren? Aha. Ich lasse die Runde los. Und Spott, was? Sick Schaden, das ist doch... Perfekt dafür. Du nicht nehmen Kerze. Ich bin bereit. Du nehmen nicht Kerze. Verstand. Du nehmt nicht Kerze. Du nehmt nicht Kerze. Meins, 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 meins. Ich habe ein riesiges Gewehr. Ich lasse die Runde los. Was? Ach ne, dann lasse doch die Runde los. Ich brauche eine Spottkarte. Verdamm. Scheiße, ich habe verloren. Vier, acht, zehn. Ich habe verloren. Verdammt. Das hat wir getan in meinen Herzen. Jetzt ist aber der Rexer nochmal dran. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ich, ja, ich weiß nicht. Ah, beruhigt euch Fans. Nein. Beruhigt euch Zuschauer. Ich will das in den Regeln. Ah. Scheiße. Jaina gegen Rexha. Es ärgelt mich doch selber. Lass die Jagd beginnen. Ihr habt es so gewollt. Alle Scheißkarten. Scheiße. Kann ich alle nicht gebrauchen. Och, die kann ich noch weniger gebrauchen. Och, du Scheiße. Wir werden verlieren. Irgendwie, wir werden verlieren. Ja, wir werden verlieren. Das war's. Das war's. Ach, das war's. Das kann es laut sein. Das war's. Das ist vorbei. Ach, nö, die Zahner. Die alte Zahner. Der ist voll der alte Zahner. Was, ihr Wolle. Geladen und entsichert. Geladen und entsichert. Ah, da ist ja nur einer. Noch einer. Scheiße, ich hab die Punkte vergoldet. Ja, die Punkte nicht vergolden lassen. Die müssten mir hoch angerechnet werden. Ohne wird ein riesiges Wehr benutzen. Ich hab den Tod, ja. Wenn ich die nächste Runde erstmal ruhe. Und hier, Spöre 6. 6, 6, 6, 6, 6, äh, 6. Dann lass sie doch hier aus, Schnucki. Ohne. Ohne. Der wird treibvoll wieder. Einmal. Zwarmer. Brandt. Ich hab nichts mehr ordentliches. Ich hab keine Snitte mehr. Ich hab keine Snitte mehr. Lass mal das. Dann das. Ah, können wir nur die Scheiße angreifen. Glaubst du, das war's? Werd knapp. Ich weiß nicht, was der nächsten Dings da jetzt drauf verschwört. Oh, die macht doch fucking shit. Der dumme, 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 der dumme. Gut. Ach, das war's. Gut, dann würde ich mal sagen, das war Part Nummer 9. Und bis zum nächsten Mal bei Half Down. und ich bin Foxy und hier abonnieren es kostenlos blablabla